Das Leben ist sehr komplex. Wir betrachten diese Komplexität gern und werden dabei selbst immer komplexer. Wir schauen nie etwas auf einfache Weise an, mit unserem Gehirn, unserem Herzen, mit unserem ganzen Sein. Die Menschheit hat auf dieser Erde vielleicht Millionen von Jahren gelebt. Und während dieser langen Zeiträume hat der Mensch gelitten unter Einsamkeit, Verzweiflung, Ungewissheit, Verwirrung, unter den vielen zu wählenden Möglichkeiten und darum vielfältigen Schwierigkeiten. Und es hat Kriege gegeben, nicht nur physische, blutige Kriege, sondern auch Kriege im Psychischen, Seelischen. Und trotzdem hat die Menschheit immer gefragt, ob es Frieden auf Erden geben könne. Aber offensichtlich war dies nicht möglich. Während der letzten 5.000 bis 6.000 Jahre wurden praktisch jedes Jahr Kriege geführt. Krieg scheint das gemeinsame Schicksal der Menschheit zu sein. Wie können wir Frieden auf Erden haben? Ist so etwas überhaupt möglich? Die Menschheit ist gespalten durch Nationalismus, Patriotismus, religiösem Eifer. Und überall gibt es Teilung zwischen Nationalitäten, Religionen, wirtschaftlich und so weiter. Der Mensch hat immer im Konflikt gelebt, so wie jedermann auf dieser Welt jegliche Art von Elend und Kummer durchmacht, Schmerz und verzweifelte Einsamkeit. Und wir sehnen uns danach, all diesem zu entkommen. Wenn es eine bestimmte Qualität von Freiheit im Inneren gibt, dann werden wir eine Gesellschaft hervorbringen, in der es keinen Konflikt gibt. Daher obliegt es uns als menschlichen Wesen, unser Gehirn, unsere Energie, unsere Leidenschaft wirklich einzusetzen, um selbst herauszufinden, ob dieser Kampf zwischen zwei Menschen, seien sie sich nahe oder nicht, ob dieser Konflikt ein Ende finden kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.